Fussball, Platzverweis, Wucher und Debüt der FCL verliert 12 gegen Tabellen schlusslich zu jung. Nach einer torlosen ersten Halbzeit mit Chancen auf FCL-Seite erzielt zu jung in der Swissborne Arena ein Tor, gleichzeitig wird mehr vom Platz gestellt. Obwohl FCL-Goalie Marius Müller nach seiner Schulterverletzung Ende der Woche wieder ins Mannschaftstraining zurückkehrt ist, reicht es nicht für ein Spiel, Pascal Loretz steht noch immer zwischen den Pfosten. Montag träger den Wägen.